Als leidenschaftliche Borussia-Fans durchlebt der Verein nach dem schmerzhaften Ausscheiden im Pokal gegen Saarbrücken eine Phase intensiver Reflexion und Analyse. In einer emotionalen Pressekonferenz äußerte Trainer Gerardo Seuane seine Trauer und gab eine bewegende Erklärung ab, in der er sein tiefes Bedauern zum Ausdruck brachte und sich bei den Fans für das enttäuschende Ergebnis entschuldigte. Die Niederlage war nicht nur ein schwerer Schlag für die Mannschaft, sondern auch für die Fans, die den Traum teilten, im Wettbewerb weiterzukommen und ihren Verein in den Stadien glänzen zu sehen. Seuane erkannte, sichtlich erschüttert, die Verantwortung des Teams und drückte sein Bedauern aus, dieses angestrebte Ziel nicht erreicht zu haben. Die Enttäuschung ist nicht nur bei den Spielern spürbar, sondern auch bei den Fans, die angesichts eines unerwarteten Ergebnisses ihre Hoffnungen enttäuscht sahen. Das Ausscheiden, insbesondere gegen einen Drittligisten, ist ein schwerer Schlag für den Stolz der Fohlen und ihrer treuen Fans, die sich nun in einer Phase des Nachdenkens und der Frage über die Ausrichtung der Mannschaft befinden. Doch trotz der Traurigkeit weigert sich Seuane, nach Ausreden zu suchen und konzentriert sich stattdessen darauf, diese Energie in die nächste Herausforderung zu lenken, das Duell gegen den ersten. FC Heidenheim in der Bundesliga. Die Fans fordern eine sofortige Reaktion und eine starke Leistung auf dem Feld, um das Selbstvertrauen und die Moral des Vereins nach diesem schmerzhaften Rückschlag wiederherzustellen. Jetzt, liebe Borussia-Fans, ist es an der Zeit, dass Sie sich zu Wort melden. Wie fühlen Sie sich nach dieser WM-Niederlage? Was erwarten Sie von der Mannschaft im nächsten Spiel? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und lassen Sie uns gemeinsam Borussia in dieser herausfordernden Zeit unterstützen. Gemeinsam sind wir stärker!